NIGORO NIGORO Vor einer langen Zeit bevor die Menschheit existiert hat Ja Ein bisschen schneller wenn es geht Na was war denn da? Ja NIGORO Präsentiert Eins der geilsten Spiele ever überhaupt jemals OP Äh Geht es denn noch weiter? Ähm Descending ist eigentlich so herabgestiegen Auf diesem Platz kam sie vom Himmel Wer ist sie? Äh Eine auf dieser Welt Gefangen Alleine gefangen weint sie Lasst mich nach Hause in den Himmel zurückkehren Das ist wo ich hingehöre Kinma Bitte helft mir Kinma Schickt mich zurück nach Hause Kinma Für diesen Grund Wart ihr geboren Da hört man es Das ist der Tag an wie die Menschheit geboren wurde Und als sie sie geärgert haben Wurren sie zerstört Nach sieben Zeitaltern der Zerstörung beginnt die Geschichte von vorn Scheint nicht zu spaßen zu sein mit dieser mysteriösen Frau ne? Wenn die einfach mal die ganze Menschheit ausrottet wenn sie ein bisschen ärgerlich ist Pfff Nicht ganz einfach Und es handelt sich in diesem Spiel um La Mulana Die gerimakte Version Das heißt gerimakte ist eigentlich ähnlich wie das originales Spiel aber halt bessere Grafik Die Musik ist ein bisschen moderner und so Ganz gut Ähm Ich hab noch gar nicht ins Spiel reingeguckt Also ich hab das Spiel schon mal durchgespielt Ähm Endlich erreiche ich La Mulana Das Abenteuer beginnt Hier Ok wir sind dieser Pimpf oder was auch immer hier Ne Mesa irgendwas heißt der Und ich merke schon dass ich so die Steuerung nicht haben will Wie springt man denn? Wie springt man? Wie pausiert man? Moment Konfig ist die 9 Äh Sollte ich mal gern ändern Jump Ja auf Z ganz bestimmt Oh Achso Ähm Das will springen sein Hauptwaffe Nehmen Waffen Item benutzen Kommt hier drauf Nächste Waffe Machen wir jetzt einfach mal so So, so, so Das ist im rechten Menü Ähm Q E Select Und So Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin Ok Ja Schon viel besser Also Das ist ein so Ja man kann so In the young man Jones like vergleichen Und zwar geht es hier darum In ein Tempel zu gehen Dort alle mögliche Rätsel zu lösen Schatzruhen einzusammeln Gegner zu Auszupeitschen wie dieses kleine Kind hier Batch Batch den Kind eine Batch die Beine Batch die Beine Kommst du her Mh Mh Ja und ich will sagen Wir gehen erstmal in das einzige Zelt das offen ist Die Armen wollen wir uns nicht Willkommen Du bist Professor Limesa Richtig Ich denke äh Ich weiß wo was zu suchen ist Na was du suchst Laulana Richtig Ja eigentlich schon Diese Ruinen können erreicht werden in dem Down Valley Downskirts of the Suite Ja es ist außerhalb des Dorfes Der Vater ist dort reingegangen Für eine Untersuchung Aber er ist nie Was Aber er ist schon seit ein paar Tagen Nicht mehr zurückgekehrt Ich hab keinen Schippern Was er dort sucht Aber seit Ähm Aber schon seit antiken Zeiten Wurde nach Gaff oder von geheimen Schatzruhen erzählt Ähm Verdammt Ihm der Urschwung des Lebens Mag in diesen Ruinen Sein Generation Auf der Generation nach Generation Haben mir Laulana beschützt Äh Okay Ist mir zu viel genauer Das ist eines was er jetzt halt Ähm Was das bringt Ist Dass wir halt Er macht das Diesen Weg Nach Laulana auf Und wir bekommen Eine Software für unseren guten Computer Mit den er uns anschreiben kann Wie genau ich jetzt da drauf kommen Weiß ich nicht F4 Welcome Okay You can just the software for anything Okay, ja, irgendein Schwachsinn. Also wir haben halt hier das Inventar. SMB Mesa benutzt halt einen Computer. Ein MSX ist so ein japanischer Computer gewesen. Und auf jeden Fall haben wir hier halt unsere Waffen und die Items noch nicht so viel. Software. Mit der können wir dann später lustige Sachen anstellen. Und die E-Mails von dem Typen und wir können halt konfigurieren. Aber ist unnötig. Okay. Was macht man denn jetzt? Gibt es irgendwas, was ihr schon kaufen müsst? Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Ich habe es auch erst einmal durchgespielt. Hm. Was will er jetzt schon wieder? It's me. Good Morning, Sunshine. Okay, erklärt mir, wie ich ein Gewicht benutze. Weiß auch schon, wenn man nach unten drückt. Das werde ich bald demonstrieren. Also gucke ich hier nach Münzen. Hier ist unser erster Gegner eine Schlange. Wir betchen sie und sie stirbt. Genau so macht man es mit Schlangen. Batsch, Batsch. Da war ein Gewicht drin, ne? Ey, können wir denn überhaupt hier viel machen? Ich gucke mich erstmal hier ein bisschen um auf dieser Map. Man kann auch Erfahrungspunkte von den Gegner sein. Die bringt allerdings nicht um, wie das in ihr Leben oder so haben. Nein. Die regenerieren unser Leben dann wieder, wenn man voll hat. Das ist ein Sieger, da können wir noch nicht viel machen. Wir sind böse Vögel auf Doom. Wir brauchen auf alle Fälle sehr viele Gewichte. Das heißt, wenn ein Gegner ein Gewicht verliert, ist das richtig schön. Können Sie sich irgendwie lesen? Scheint nicht so. Äh. Okay, hier können wir uns schmarrn. Ist ja schon ein bisschen herrscher, ich habe das Ende durchgespielt. Und das wird ganz interessant. Äh, eine Legende sagt, dass Argus, das Monster mit dem blauen Körper, das, ähm, voll ist mit Augen, ist schwach gegen den Schlangenstab. Ja, Argus ist der dründe links, wir brauchen den Schlangenstab, um den kaputt zu machen. Haben wir noch nicht. Also können wir gegen den auch noch nicht viel ausrichten. Gibt es noch ein paar Münzen? Nee. Okay, scheint es, als ob es hier nicht mehr viel gibt. Aber irgendwas könnte man noch machen am Anfang. Ich brauche so einen Handreader, wo kommt man den denn her? Ich meine, spannend. Okay, der erklärt einem, das links ist so ein Brunnen. Wenn man dort reingeht, gibt man es in den Leben wieder aufgefüllt. Das weiß ich schon. Was ist das? Yaku Map Reader, you can save maps of the ruins with it. Ich nehme jetzt einfach mal, was macht das? Cliff Reader, with this, you will be able to... Den brauche ich. Nee, warte mal her. Nicht um... Also schon, den brauche ich, um später... Ähm... In Schriften zu identifizieren. Eigentlich dachte ich so... Das ist ein Schild. Nee, danke, was macht das? Butterproof case, das ist ganz praktisch. Und die Pistole braucht man auf alle Fälle noch nicht. Weil die Munition dafür sehr selten ist. Aber es ist ja doch die stärkste Fernkampf davon. Aber ich frage mich gerade... Mit diesem Handscanner... Genau den meine ich doch, Handscanner. Den nehme ich. Ja, mit dessen Hilfe... Ja, gut, er sagt es uns wahrscheinlich. Ähm... Ja, 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 ich verstehe schon. Muss man den ausrüsten? Oh ja, ne? Gut, den haben wir jetzt ausgerüstet und damit kann ich jetzt, wenn ich V drücke, können wir mal zu Sachen lesen. Das ist ein Holy Grey Tablet, denn das ist ein Heiliger Krall, so eine Tafelheit. Das ist auch ganz interessant. Ähm... Später werden wir im Spiel, seit später relativ früh, einen Heiligen Krall-Famil, mit dem können wir uns von diesen Teleport-Pumpen ausporten. Da verdienen die. Um die verschiedenen Areale der Höhle zu kommen, also von der Monana. Und das heißt, wir brauchen 50 Gold, um uns den Cliff-Reader, diese Software zu kaufen. Die wir nämlich auch unbedingt bauen und das Gewicht ist da runtergefallen. Toll! Ist ja nicht so, als ob ich alle möglichen Gewichte brauchen würde. I got a map and I was looking as I walked. Okay, jetzt ansticht. Ich hab ne Karte gefunden und als ich geguckt hab, was I was looking as... So, und ich habe dort reingehuckt, als ich gelaufen bin. Da bin ich gefallen. Und, naja, bin irgendwie gestorben. Hehe. Vielleicht ist es gar nicht mehr so lustig. Wir haben die Map bekommen. Ist die auch irgendwo hier? Wie seh ich denn die Map? Wie seh ich die Map? Ach, mit F1. Okay, das ist so viel. So sieht diese Oberwelt aus. Stopp. Äh, nein, nein, nein. Nee, er hat uns getroffen. Okay, wir töten erst mal den ganzen Gegner, ja? Schön noch ein Gewicht. Und jetzt ist hier so ein P9. Wenn man da ein Gewicht drauflegen, versinkt das. Und jetzt hat sich diese Truhe geöffnet. Und wir bekommen das Muschelhorn. Und das Muschelhorn hat eine besondere Aufgabe. Nämlich, jedes Mal, wenn wir jetzt ein Geheimnis lösen... Ähm... Er tönt das Muschelhorn, sodass wir wissen, dass wir ein Geheimnis gelöst haben. Finde ich sehr nett von dem Muschelhorn. Und das war schlecht. Ich würde nämlich nicht noch runterfallen. Die Musik ist übrigens absolut göttisch von dem Spiel. Es geht... Äh, das ist... Es ist einfach eines der besten Spiele überhaupt, würde ich sagen. Es gehört dieses Düdi. Aber halt, wenn wir eben das gelöst haben. Gab's ja nicht irgendwas? Genau, das wusste ich noch. Death Village. Death Village macht... Was? Nigorus vs. Flash Game. In this puzzle you lead the man to a haunted house. Äh, schön. Man kann halt später diese... Äh, mehr als... Also... Man kann halt verschiedene von diesen Softwares ausrüsten. Und in einer gewissen Kombination machen die manchmal was Besonderes. Wie genau das ist... Weiß ich auch nicht mehr. Bin ich auch ganz ehrlich. Hui... Schmauch. Und da haben wir uns geschmissen. Kann man das hier identifizieren? Ja. Okay. Ja, es wird hier schon etwas mysteriöser. Den kann man schieben. Ne, was, nun schon wieder. Das willst du. What's up? Ich weiß, dass man das schieben kann. Und hier hinter ist eine Tafel. Jene, die die Ruinen betreten. Sei gewarnt. Sie Befinden sich in diesen Openheit. Also dort, ne? Tot erwartet. Die Kraftlosen. Äh... Äh... They will only speak to those who have learned the seven histories and have come the challenges herein. Okay. Ja, damit sind Bosse gemeint. Tja, guck mir mal in die Ruinen. Hm. Oh, der hat gerade eine Schiefe bekommen. Welcome to La Mulana. Ich würde sagen, in zweiten Parts gucken wir uns den ersten Abteil der Ruinen an. Bis dann ansehend. Tschüss bis in den nächsten Part. Ich bin Rumi von Ihnen. Ginger with Dolphins. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.